hallo leute und willkommen zur dritten folge von sim city builded in der zwischenzeit habe ich wieder 10.000 simoleons wir machen jetzt auch noch hier weiter wie ihr seht mein lager ist voll überfüllt genauer sagt und jetzt können wir schon mal einiges bauen so dass hier das hier alles was man machen kann so dass hier auch noch ja okay ich mach es bekommt bekommen ja dafür auch geld dankeschön bisschen leiser machen noch ein bisschen leiser so jetzt können wir auch wieder sachen einsammeln ein paar nägel herstellen stahl so das können wir auch schon einsammeln ja mehr können wir jetzt auch gerade nicht tun kleinen moment dass da muss ich zuerst machen damit ich auch weiter komme so okay das video mal kurz weg machen ich habe die steuer schon eingesammelt also können wir jetzt auch die box gleich öffnen so cool 1.000 simoleons 10 sim cash wow wir sind reich aber können weiterhin nichts machen dann baue ich mal weitere häuser 1 hierhin und 1 hierhin so perfekt da kann ich gleich wieder was machen ich habe 14 hammer das ist schon leicht viel also ja so schnell alles einsammeln das da das da das braucht noch ein bisschen oh jetzt können wir ganz viel machen ich mache erst mal das so wieder können wir gar nichts machen dann mache ich halt noch hier ein haus hin und hier ein haus hin und hier ein haus hin kleinen moment bekommt die da irgendwas vom park ja die bekommen noch was vom park cool dann kann ich das hierhin noch machen so und dann machen wir noch hier ein haus hin und da ich letzte folge nicht so lange gemacht habe werde ich heute vielleicht so 15 bis 20 minuten machen als entschädigung ja ja es wird wieder tag und regnet es hört sich an wie regen ja es regnet toll toll so mehr stahl dann können wir gleich hier was machen und hier auch gleich level aufgestiegen ähm mache ich später antippen fabriken wussten sie dass sie jetzt zusätzliche fabrik bauen können um die allgemeine produktion nach oben zu treiben ok dann mache ich meine neue hin so ja sollte so passen weg machen dann stelle ich mal da stahl her brauche ich ein bisschen was sie brauchen auch eine unterkunft zeit für die bürgermeistervilla tippen sie an um stadterfolge freizuschalten und sie im cash zu verdienen ok dann zeig mir das mal aha ok dahin mache ich die mal nanu achso steuer city verdienen sie 5000 simoleons an steuern das habe ich schon geschafft cool das sind eine ganz schöne menge ok zwei sachen wo ich was verkaufen könnte aber habe ich halt nicht ja das behalte ich erstmal upgrade bürgermeister sie machen gute fortschritte sehen sie sich ihre erfolge an und holen sie sich ein paar belohnungen bauen sie ihre villa erreichen sie einen erfolg und holen sich ihre belohnung erreichen sie erfolge und erhalten sie belohnung eins von drei ok das heißt ich brauche mehr erfolge ok dann gucke ich mal was ich schnell jetzt noch machen kann so steuern city park city bieten sie 20 wohngebieten parkanlagen an sorgen sie für 3.000 sims in der stadt ja das wären 2 fliegen mit einer klatsche geschlagen ach nee mach ich nicht das da oben kann ich machen so tolle hütte bürgermeister ja dankeschön ich finde sie ich finde sie auch ganz cool ähm so ich habe einen eigenen pool cool ok so wir brauchen wasser ich kann nicht mal mein auto waschen oh oh wasser wasser oh nein wir haben viel zu wenig wasser oh oh 19 von 24 ich glaube wir haben ein bisschen bisschen äh knapp das alles gehabt so ja kannst du haben so hiervon zwei hiervon zwei und dann hiervon hoppla hiervon noch eins so ein neues Haus ich merke gerade dieses Haus ist leicht schief so jetzt ist es gut ich kann nichts machen im ernst hoppla es sieht gut aus ich spare gerade Geld für ein größeres Haus ja gut mach das oh man ich brauche Stahl ich brauche unbedingt Stahl oh Maßband stelle ich mal eins her also ich brauche eigentlich nur mehr Häuser dazu brauche ich Ressourcen so so ah das da so jetzt kann ich auch gleich ein neues Haus bauen oh 2934 Bewohner ich brauche nicht mehr viel oh und das habe ich auch schon Park City so oh ich brauche nur noch neun Bewohner hm hm wie machen wir das tja ähm da 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 ja wir brauchen mehr mehr Stahl so so 10 Stahl braucht dieses Haus und oh das das schaffe ich nicht so mal gucken das schaffe ich das schaffe ich das schaffe ich das schaffe ich nicht so das schaffe ich das schaffe ich das schaffe ich auch ja und das schaffe ich auch okay dann brauchen wir eigentlich jetzt nur noch ganz viel Stahl wovon wir gar nichts haben wovon wir gar nichts haben oh ich guck mal zu Heinz vielleicht hat er ja Stahl Heinz ich komme so ja er hat was zu verkaufen ein Stahl ein Stahl wow okay ich kaufe mal alles so er arbeitet aber nicht weiter in seiner Stadt komisch oh Stahl ist fertig oh Stahl ist fertig Mist jetzt können wir aber auch nichts mehr herstellen äh sammeln ähm ähm nein danke muss ich erstmal das da machen so ja ach Moment mal ich hab's ja jetzt gleich geschafft sobald das Haus fertig ist werden's ja noch mehr Bewohner okay okay gleich gleich hab ich's geschafft dauert nicht mehr lange komm schon Haus werd fertig mhm da nichts da kann ich eins rein machen da so so es wird immer noch an dem Haus gebaut wie lange soll das denn dauern ah jetzt kleine Stadt sorgen sie für 3.000 Sims in der Stadt einsammeln abgeschlossen ja und 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 aha muss ich mal gucken sechs Lagerkameras vier Lagerschlösser ich brauch so ne Lagerstangen warum krieg ich keine Lagerstangen mhm 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 dann stell ich mal ein paar davon her mhm 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 neun Nägel sind viel zu viel mhm 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 Ach, komm schon. Warum willst du keine Hämmer? Okay, ich mach's. So. Ah. Ja, endlich Hämmer. Steuern einsammeln. Wir haben fast 17.000 Simoleons. Was kann man damit Großes machen? Ich weiß, was man damit machen kann. Das Sparen. Aha, toll. Landschaft? Seit wann gibt es Landschaft? Hä? Warum kann man nicht einen Teich nehmen? Der ist viel kleiner, aber einen See, der viel größer ist. Ich hab ne Idee. Wir bauen hier so einen Fluss entlang. So quer durch. Klappt das? Ah. Hm, das ist ein bisschen wenig irgendwie. Bisschen klein. Ah, mach ich vielleicht später, wenn ich mehr hab. Gute Neuigkeiten, Bürgermeister. Die Landschaftsspezialisierung wurde freigeschaltet. Spensieren sie in ihrer Stadt Seen und Wälder. Die sehen toll aus und bringen Bevölkerungszuwachs. Habe ich eben schon gesehen, aber erstmal nicht. Okay, dann etwa noch 5 Minuten mache ich das jetzt. Und dann sag ich euch tschüss. So. Ah, endlich kann man was machen. 7 von 7 Stahl. Neues Wohngebiet. So. Mal gucken. Wieder 10 Stahl. Warum brauchen die alle Stahl? So. Und? Okay. 3 Stahl. 4 Holz. 4 Holz. 4 Holz. 25 von 40. Jetzt ist es halb leer. Na gut. So. Ah. So. Aber machen kann man damit nichts. Ich brauch viel mehr. So. Mhm. Oh, schade. Hm. Was kann man denn jetzt eigentlich noch viel machen? Hm. Hier kann man nichts machen. Muss man warten. Oh. Ja, okay. Ein. Ein Plastik. Wow. Oh nein, danke. Danke. Ich hab erst 6 Stahl. Ich brauch viel mehr. Manche sehen ziemlich gleich aus wie die. Die 3 hier. Und das auch noch. und die beiden mit dem auch. Es sind ziemlich viele gleiche drin, sag ich mal. Hier. 1, 2, 3. Sehen nur ein bisschen anders aus von der Farbe her. Aber sonst dieselben. Oh, Holz. so. Das da. Und gleich ein neues Haus hin. Und Stahl. Und das kann man jetzt machen. Und ja. Jetzt läuft's wieder. Aber eben war das so wie Gummi. Ganz langsam. Die deckt halt ganz schön viel ab. Die Feuerwache. Da kann man Ewigkeiten dran bauen. Und keine neue Feuerwehr bauen. So. Mach ich mal da hin. Da hin. Und 3 Holz. Moment. Reicht das überhaupt noch vom Park her? Ähm. Nein. Nein, reicht es nicht. So. Und dann einmal so. Nee. So. Dann baue ich erst mal hier neue Parks. Park mit Glitzerbecken. Ah nee. Ist nicht so meins. Ich nehme lieber diese kleinen. da eins. Da eins. Da eins. Da eins. Und da. Und direkt wieder neue Häuser. zwölf Stahl. Bitte was? Nur Stahl brauchen die. Mehr nicht? Wir brauchen Strom schnell. Oh mein Gott. Jetzt wird auch noch Strom knapp. muss ich auch noch eins da von ihm machen. Von beiden habe ich jetzt 36. Smog City. Bieten sie in 25 Wohngebieten Energie aus Kohle oder Erdöl an. Kristallklares Wasser. So muss das sein. Zumindest haben wir Strom. Ihr habt alle Strom, Leute. Das da kann man jetzt machen. So. Oh, schon 22 Minuten lang das Video. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt nur noch dieses Haus fertig. Und dann war es das auch schon mit der Folge. So. Oder noch eins. Ich mache jetzt so lange weiter, bis ich nicht bauen kann. Bis ich nicht mehr bauen kann. Zehn Nägel. Was? Das sind viel zu viel. Okay. Ich glaube, das war es dann, Leute, für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wenn ihr mehr wollt und nichts verpassen wollt, dann lasst doch mal bitte ein Abo da. ich habe es dann auch noch ein paar Jahre.